Ja, mein Leid, das ist überall Michael 1, 12er Welt, ähm, ja, mal so kleines geiles Intro mal, ähm, ja, so, ich hab davon, ohne Scheiß jetzt ein Ohrwurm davon, überall erreichbar, also, ja, na, 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 überall erreichbar, überall erreichbar, nur Front, ne, also, fragt einfach mal nicht, warum ich sowas im Schädel habe, ohne Witz. Ne, also, Paul hat schon den Livestream, ähm, von sich mal ausgegeben, ähm, ich, natürlich, natürlich, wie immer, wird er da, gefühl, der eins ist, oder was, nicht mal hat, ähm, soll Paul, falls, wenn ich was von dir geklaut hab, Bitte, verzeihe es mir, nein, also, ich dachte mir, ey, ich mach ja eh so, oder so, wie du, ähm, warum füge ich es einfach nicht bei mir, auch bei mir, ein. Jetzt ist er doch mega geil so, ne, na, das ist halt immer scheiße, ne. Oh, Geld. Stimmt. Ja. Mies. Wenn ich ganz ehrlich brauche, bräuchte ich eigentlich fast gar keine Sachen so, ne. Eigentlich. Und außerdem die Wasserforschriften, das bräuchte ich ja eh nicht. Ausmischtheim, das können wir nicht gebrauchen, das Boot. Fackelknochen. Oh, Feuerzeug. Und das, mehr auch nicht. Das könnte ich zu den Baublecken hinschallern. Weil es ein, ja, okay, gut, kein Block, aber, ja, ganz gut. Mh. So, ei. So, ist was? Ist auf die Wasserbüttelze. Ja, Wasser kann man immer gut gebrauchen. Hm. Wirklos, Salz. Deswegen. Und Abfahrt wegschmissen. So, Fleisch. Ich dachte mir mal, ja, okay, gut. Oh, Alter. Ich dachte mir halt so, ja, okay, gut, schau ich mal wieder mal in die Map rein. Was heißt in die Map, also in meine Welt? Oh, ich dachte ja schon, Alter. Hey, 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 hey. Nein. Ähm. Dachte ich mal. Ähm. Ich hab halt wenig Fleisch. Fällt mir gerade auf. Nee, also ich brauch eigentlich gar kein Fleisch mehr so. Wenn ich ehrlich bin. Ich hab heutzutage noch Dings halt. Ähm. Ah, nee, war schon richtig. Ähm. Halt, ne. Ähm. Und ich hab haltes für die zweite Mannschaft des Saison-Gemingens. Saison rum. Dann. Ja gut, dann muss ich hochgezogen werden. Ähm. Ich hab mal in den Kommentaren. Welcher Fußballverein ihr mögt. Also von, äh, Dorf halt. Oder, ähm, oder seid ihr in einem Verein, da ihr sagt ja, okay, gut, ich hab Bock. Ich hatte gespielt. Schreibt einfach in den Kommentaren, ob ihr gespielt habt oder nicht. Weil mich würde es gerne interessieren ab und zu mal. Ähm. Fall. Ähm. Und ja. Also ich stehe in meinem Verein bis jetzt immer noch drei Zeit. Über zehn Jahren. Ja. Tatsächlich über zehn Jahren stehe ich mein Verein treu. Ähm. Und ja, wenn mich irgendwann mal irgendwo sieht. Von euch. Dann wisst ihr, ey. Das stimmt wirklich, dass ich über zehn Jahren hier mit Saison-Gemingen bin. Man könnte meinen, ja, Saison-Gemingen ist meine zweite Familie. Und ja, bei uns in Saison-Gemingen läuft es jetzt gerade nicht so rund. Erste Mannschaft welchen Abstieg. Ähm. Ähm. Äh. Das kann man auch machen. Trainer, der Trainer verlässt uns. Und war es uns den Pokal gegeben. Der hat einfach uns, wenn ich ehrlich bin, hat er uns jetzt gerade schon viel geleistet. In den zwei, dreien Jahren zum Aufstieg. Ähm. Wird sogar mit mir, ähm, zu dreien Jahren mitmachen. Der darf mich weiterhin begleiten. Ich war ja auch Höhen und Tiefen allein allein. Dort und. Also das ist Höhen und Tiefen dort und. Ich habe schon seit sechs Jahren. Seit wann? Seit wann? Seit wann mag ein Schwein rote Beete? Ich dachte, die sind solche Weizenfresser. Dachte ich. Oh nein. Oh, danke Schwein. Du Mädels. Nein. Hm. Und, jo. Dann, 2013. Ging ich einfach zum Wasserball. Einfach, weil ich Bock hatte. Meine ersten Trainingstagen waren für mich eigentlich schwer. Ich bin heute total nur noch Sauveni von 2013. Eigentlich war es gar keiner. Mit. Von der Jugend bis hin zu der zweiten und ersten. Ich bin der Alleinziehende. Das ist der Alleinziehende Jugendspieler. Also, das ist wirklich wahr. Ich ziehe alleine hoch. Ähm, nächste Saison. Hm. Wird auch dort Spaß haben. Hm. Ich habe Bock, eigentlich dort Spiele zu bestreiten, die ich Bock habe. Also, was heißt, ich Bock habe. Die Trainer Bock haben. Hm. Und freut mich einfach mega. So, ne. So, wie es dort rangeht, habe ich Bock. So, das heißt, ich habe Bock, diese ranzugehen, also. Oh nein. Es bergt. Noch dummer. Es leckt. Oula. Wartet. Aha. Das ist gerade eine Melone gewachsen. Ich habe einfach... Oh nein, ich habe den Seed abgebaut. Nicht gut. Nicht gut, wenn ich den Seed abbaue. Nein. Wie viel? Ja, chill ich zwei. Ich kann den eigentlich verkaufen. Nee, ähm. Das verkaufen. Ähm. Den abgeben kurz. Ähm. Ich habe ja eh noch. Und ja, also. Ich freue mich, über die nächste Saison anzugreifen. Fazit, ähm. Für die neue Saison. Wenn ich hochgezogen werde, möchte ich einfach von den zwei Mannschaften Klassenerhalt. Also ohne Witz, also Klassenerhalt haben. Und dann die Meisterschaft. Und indem ich die Meisterschaft gewinne, möchte ich eventuell auch noch den Stratos-Pokal gewinnen. Was wir damals in der ersten Mannschaft, ähm, gegen Eppingen nicht gewonnen haben. Ich möchte einfach mit den Jungs einfach so gewinnen. Einfach aus einem Grund, weil sie das verdient haben irgendwann mal. Und, weil jeder sagt, oh Michi, du bist nicht so geminnt, ich möchte gleich die Männchen von deiner Klassener. Hm. Ja, das stimmt aber. Hm. Ich weiß nicht, warum. Hm. Warum die so von den Schieß so geasst waren. Hm. Na ja, wahrscheinlich meistens zwei Playspielen oder so. Ja, okay, gut. Gefühlt meistens an Karten. Aber wenn ich dazu komme, werde ich wahrscheinlich für die Männchen mit Männchen in einer Saison rauszugehen. Und das ist tatsächlich wahr. Ich bin schon mal mit null gelben Karten in einer Saison rausgegangen. In einer. Ja, ich muss einfach so euch vorstellen, wie, keine Ahnung, wie bei anderen Maulwesen oder so ähnlich. Einfach mal nix hat. Einfach mal so, ja. Oh. Ja gut. Egal. So. Hm. So, ich hab wieder mal gefarmt. Brot, 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 Karotten, Melonen, 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 Melonen. So, 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 so. Oh, warte, muss ich die Melonen ablegen? Darum legen wir nicht. Sorry. Hm, dann kommen hier die Kattelfeln, dann die rote Beete. Und ja. Eigentlich rauschmeißen. Hm. Hey, das wird mir was. Was kann ganz gut helfen. Das war jetzt Weizen, oder? Ja. Was ist das Zeuglich aus? Ähm. Ich kann es eigentlich beim, ja. also ich habe eine eigene kraft um das dort zu stellen hier hin hier hin ja so nein 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 da habe ich es ja Sachen jetzt so so ja neun Brote geht voll so essen wenn ich auf jeden fall angreifen werde die Puglons ja die können ruhig mich angreifen weil ich sie jetzt angreifen werde ich weiß auch was in der letzten Folge passiert ist und ja ich habe kein Schwert sehen nur Bogen ab zum Krieg ähm natürlich hätte ich das Ding gewinnen ohne Goldrüstung oh und schätze ein paar ab nein ja das scheiße ich hätte mir vorher ich hätte mich besser vorbereiten ja das war mega belastend gerade ist ist der was ey ne ne mal ich habe es rein gezogen oder feuer 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 widerstand also das ziehe ich mir einfach mal an gut na na ja verliebt kaum bin ich drin und los geht's was greift mich ruhig an alter ich bin so gut oh mein gott oh mein gott die roten sind ich hätte mir doch die benutzt ich bin so gut riecht hier, Alter. Och, nee. Och, nee. Aua. 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 Scheiße, endlich mal du Brissett. Was geht's? No way, no way. Lauf, dog! Lauf, dog! Bleib stehen. Bitches. Arme nach Räumen. Ich bin bald Töd, Alter. Psychos. Nein. Fuck you, dammit. Und eine Sekt. Scheiße. Ich zog ihm nicht mehr. Gut. Alter, ich stört mir bei dem Töd, Alter. Scheiße, ich komm hier nicht mehr raus. Scheiße. Okay. Wartet. Ich brauch einfach nur ne Waffe. Nur eine einzige. Okay. So. Ja. Das ist Diox. Gut, wenn sie das... So arm wollen. Gut. Ach ja. Ja. Alter, ich bin schon wieder fast tot, Alter. Was ist mit mir los, Alter? Boah. Nee. Ich schütze mich. Schon alleine in den Töd. Und da. Und den hier. Kann ich... Oh, kann ich mal mitnehmen? Nein. Das war's für heute. Gut, natürlich, das war mir klar. Das war mir leider klar, Wurfpoisen, das ist nur schallern. Nein, Crossbone nicht. Ja gut, also mies, anders. So gut, ja okay, gut, das ist ein bisschen mehr. So, na gut, mein Plan ging von hinten aus. So, das ist auch ein Crossbone. Das ist die Angst. So, das ist die Angst. Gut, war das überlegt. Also, ich kann wieder nicht schlafen. Komm an. Hmm. Oh, my God. Gut, auch noch das geerntet. Ich kann eigentlich das Fleisch jetzt wegpacken, das glaube ich auch. So, was könnte ich eigentlich noch machen? Ja, das muss ich ja noch aufbauen, stimmt. Baublöcke, ich habe halt nicht allzu viel dort. Oh nein. Ja, ja. 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 natürlich habe ich noch davon ich sage es mal so belastend ich habe es Das war's für heute. Das war's für heute. Ich sag doch das brauche ich. Super. Wow. So. Ey. Ich hab's so kurz hingelegt man. Oh man. Ich hab's so kurz hingelegt man. Das beschreibt gerade meine Gedanken. Kaput. Alter schreckst du mich jetzt mal. Das war's für heute. Das beschreibt wirklich meine Energie in Wirklichkeit alter. Ja. 20%. Und das. Na grüß Gottlich. Tschüss. Oh man. Ich weiß nicht was ich tun soll. Super. Habt ihr noch paar Ideen. Oh man. Ich muss mal wirklich irgendwann mal hier die Wege neu machen. Oh Gott wachsen die auch schneller als ich. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Wenn sie da ist Minekraft. Minekraft. Ja. Der spielt Minekraft Minekraft. Der kennt's nicht. Der spielt Minekraft in Minekraft in Minekraft. Oh man. Echt. Ehm. Ich brich eigentlich Kohle. Super Fudge Tipp. So. 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 Mh. 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 Im letzten Video mal mit der Produkte an. 3 Mh. Ich hab's. Kann man halt nichts sehen. Bah. Also ich hörts mal was. Dase aus. Mit dem. Video. Und Scheow. Leute. BGEGG